Lassen Sie uns an unsere Überlegungen über die mittlere Geschwindigkeit anknüpfen, mit der eine Lageänderung eines Punktes P entlang seiner Bahnkurve beschrieben werden kann. Dazu lenken wir unser Augenmerk auf ein kurzes Autobahnteilstück der A1. Wir verfolgen eine Fahrt, die zum Zeitpunkt T an der Abfahrt Lübeck-Mitte vorbeiführt. Eine Zeitspanne Delta T später passieren wir die Ausfahrt Rheinfeld. Den tatsächlichen Verlauf des uns interessierenden Autobahnteilstückes haben wir als Bahnkurve dargestellt. Sowohl der Anfangspunkt, die Abfahrt Lübeck-Mitte, als auch der vorläufige Endpunkt, die Abfahrt Rheinfeld, sind beide von einem frei gewählten Bezugspunkt O aus durch ihre Lagevektoren R von T sowie R von T plus Delta T eindeutig gekennzeichnet. Mit dem Differenzvektor Delta R vermaßen wir die geradlinige Verbindung zwischen Anfangs- und Endpunkt. Beachten Sie, dass die Richtung von Delta R mit der Richtung der Sekante durch diese beiden Punkte übereinstimmt. Dank modernster Messapparaturen kann ausgehend von unserem Anfangspunkt im Millisekundentakt die Länge und Richtung des Differenzvektors Delta R ohne weiteres bestimmt werden. Wir wollen einige Teilergebnisse ausschnittsweise heranziehen und in Form einer kleinen Tabelle darstellen. Wir gehen dabei gewissermaßen die Fahrt rückwärts durch und beginnen mit unserem vorläufigen Endpunkt, also der Abfahrt Rheinfeld. Als Fahrzeit bis Rheinfeld wurde Delta T gleich 400 Sekunden gemessen und die Länge wurde mit Delta R gleich 12.000 Meter bestimmt. Demnach ergibt sich eine mittlere Geschwindigkeit, Vm, von Delta R durch Delta T gleich 30 Meter pro Sekunde bzw. von 108 Kilometer pro Stunde. Den zugehörigen mittleren Geschwindigkeitsvektor, Vm, tragen wir mit seinem Fußpunkt im Anfangspunkt, also der Abfahrt Lübeck-Mitte, an. Seine Richtung stimmt mit der besprochenen Sekantenrichtung überein. Seine Länge entspricht dem Geschwindigkeitsbetrag von 108 Kilometer pro Stunde. Als nächstes betrachten wir einen Endpunkt, der etwas näher als Rheinfeld an der Abfahrt Lübeck-Mitte liegt und den wir nach einer Fahrzeit von Delta T gleich 300 Sekunden passiert haben. Für diesen Fall ermitteln wir Delta R gleich 8.100 Meter sowie Vm gleich 27 Meter pro Sekunde bzw. 97 Kilometer pro Stunde. Wir rücken nun immer näher an Lübeck-Mitte heran und ermitteln der Reihe nach 10 Messwertdatensätze, die nacheinander in eine Tabelle übertragen werden. Wir analysieren unsere Ergebnisse und finden, dass 1. Je näher wir an Lübeck-Mitte heranrücken, desto geringer ist der Unterschied zwischen dem tatsächlichen Verlauf der Bahnkurve und dem Differenzvektor Delta R. 2. Je näher wir an Lübeck-Mitte heranrücken, desto deutlicher nähert sich die Sekante immer mehr der Tangente an die Bahnkurve durch den Anfangspunkt. 3. Während anfänglich die mittlere Geschwindigkeit mehr oder weniger stark schwankt, nähert sie sich für kleine Zeitintervalle Delta T einem konstanten Wert, der überraschenderweise genau dem Wert entspricht, den wir im Augenblick des Passierens von Lübeck-Mitte, also theoretisch für Delta T gleich 0, auf dem Tachometer unseres Autos hätten ablesen können. Wir haben somit allen Grund davon auszugehen, dass unser Differenzinquotient Delta R nach Delta T, aus dem sich Vm berechnet, bei einem formalen Grenzübergang für Delta T gegen 0 einem ähnlichen Grenzwert nähert, und zwar dem sogenannten Differenzialquotienten, Delta R nach Delta T oder kurz V. Dieser ist ein Vektor und heißt momentan Geschwindigkeitsvektor. Er gibt also an, mit welcher augenblicklichen Geschwindigkeit sich die Spitze des Lagevektors R von T im nächsten Moment tangential zur Bahnkurve bewegen wird.